Liebe Lena, liebe Lena, ich glaube, ich habe mich in eine andere verliebt. Quatsch, das ist doch Quatsch, kann das doch nicht sein. Liebe. Hey. Leute, ist alles in Ordnung? Danke. Und du willst mir wirklich nichts sagen, was passiert ist? Es ist nichts passiert. Wenn du meinst. Jojo, du bist das Eis in meinem Mokkao Jojo. Du bist die Sahne in meinem Mokkao Jojo. Wo immer du bist, dort ist es Primetime. Ruf mich an, ich will dabei sein. Wie spät es wird, dass ich heute kein Schrei. Schenk dir Wein ein, lass uns frei sein. Jojo, du gehst raus, wenn es lämmert. Und tausende Männer laufen behämmern. Hinten dir her, denn du bist der Renner. Headlust für Kenner, Promis und Zänger. Jojo, du bist unglaublich. Ja, du bist ein Traum. Ich wusste uns glaub, wie blau nicht gut an. Schau dich, weil du die Unglaubnisse brauchst. Jojo, bist du da, tanzig Lambada, Zuschlager auf der Salatpa. Jojo, ja, ja. So unschlagbar, vergiss die Viagra. Jojo, du bist das Eis in meinem Mokkao Jojo. Jojo, hey. Jojo, Jojo. Jojo, du bist wunderbar. Seit ich dich kenne, da ist mir klar. Du bist ein Superstar. Die Muse aller Musiker. Du stellst die Erde auf den Kopf, Kopf. Wo du bist ein Rock Rocks. Man kommt mit dir in Clubs rein. Der Weit ist das Bewusstsein. Rentner spielen, wieder Flaschen drehen. Soldaten lassen ihre Waffen stehen. Depressive kann man wieder lachen sehen. Magersüchtige wollen nicht mehr abnehmen. Veganer bestellen einen Schweinebrat. Die Zeugen wollen nicht mehr auf ein Zeichen warten. Schlafen zu fangen zu träumen an. Der Papst nennt selbst hat Freude dran. Komm, wir machen einen Spaziergang. Nee. Doch, natürlich. Das lenkt ab. Das war ja gar nicht mal so schlecht. Ich warne dich. Ich hab zwar keine Laserpistole her, aber Karate kann ich auch. Oh. Komm, sei Dank. Ja. Sag mal, habt ihr eigentlich auch Songs, die etwas ruhiger sind? Du meinst was Romantisches? Ja. Was Romantisches. Kann ich probieren. Ich hab Hunger. Sag mal, Risa. Schade, dass das Schokoladenmuseum schon zu hatte. Ich hab Hunger. Sag mal, Risa. Wie ist Jojo so drauf? Sie ist eine super Freundin, die immer rein da ist. Wieso? Ich muss jetzt leider nach Hause. Ich bin noch mit einer Freundin verabredet. Ach komm, das ist doch nicht eine Ausrede, oder? Nein, wirklich. Ich habe ihr versprochen, bei ihrer Kollektion zu helfen. Aber wenn du Lust hast, kannst du gerne morgen Abend vorbeikommen. Dann kann ich sie dir ja vorstellen, okay? In Ordnung. Wo wohnst du überhaupt? Kurzschumacher Straße 3. Um 8 Uhr bei mir zu Hause. Tschüss! 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 Tschüss!